moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen folge mampfen und bewerten heute mit dem chicken big mac der chicken big mac spaltet nämlich die kundschaft die eine seite hebt ihn in den himmel und die andere seite verteufelt ihn als eine der schlimmsten burger die je kreiert worden sind 250 gramm bringt er hier auf die waage sieht ein bisschen schwach aus der brust aus was sagt meckes dazu zu diesem burger zwei jährlich knusprig branierte händchen patties aus hundertprozentigen händchen brustfleisch dazu eine scheibe käsesalatgurken und die leckere big mac soße und schon haben wir den chicken big mac am start dieser burger hier ist im prinzip ein big mac nur dass mcdonald's hingegangen ist und hat den fleischanteil in ein anderes fleisch kreiert also von beef weg hin zu chicken es ist immer noch fleisch aber es ist ein ganz anderer geschmack dadurch die grundsubstanz der big soße schmeckt man natürlich weiterhin durch aber das chicken bringt ein ganz anderen flavor in den burger hinein es ist eine leckere sache ohne frage es macht euch auch jetzt nicht so super fett denn so ein freund hier kommt mit 529 kilo kalorien um die ecke 20 gramm fett dann haben wir natürlich 4,2 gramm gesättigte ungesättigte fett sorgen kohlenhydrate 61 gramm zucker 9,6 gramm ballaststoffe 3,5 proteine sprich eiweiß 25 gramm und 2,2 gramm salz der big mac dagegen hat 493 kilo kalorien das heißt also das chicken freundchen hat sogar ein tick mehr warum natürlich weil es frittierte ware ist und man es ein bisschen bisschen mehr fett enthält durch die frittierung des patties in diesem fall der chicken big mac hat uns wirklich überzeugt er kriegt 8 von 10 punkten schmeckt wirklich lecker er schmeckt total anders wie der normale big mac warum weil die fleisch ingredient in natürlich eine ganz andere ist also man merkt schon ob es geflügel ist oder ob es ein rind ist welches dort eben die man funk des burgers mit eingreift der chicken big mac eine leckere meist limitierte auflage in den burger restaurants deshalb ist dass sie auch ein mampfen und bärten international in dem fall war es die niederlande die uns den chicken big mac gebracht hatten ich sage vielen dank fürs zuschauen bitte abonniert mich gibt mir ein positives feedback und bis zum nächsten mal hmm chicken big mac chicken ist hähnchen oh yeah zun zun